Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir, Pionic. Heute im Test die Galaxy 6 Bombenrohre von Xplode. Dabei handelt es sich um solche kleinen Bombenrohre. 6 Stück sind insgesamt enthalten. Gnm beträgt insgesamt 29,4 Gramm. Bedeutet ca. 5 Gramm, ein bisschen weniger als 5 Gramm pro Bombenrohr. Ja, ich denke die sind vergleichbar mit den Defendern von Panda. Aber ob sie das wirklich sind, das werden wir jetzt mal testen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Der legt sie wieder. Der legt sie wieder. Haben die alle Cracklinge die Frage? Alles gleiche. Alles das gleiche. Der legt sie wieder. Und der zweite ist auch eine Sonne. Du wirst ein wenig sein. So das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Vielen Dank.